Eine moderne Fütterung ist mit BAFA CarePlus möglich. CarePlus besteht aus Futterkernen, die alle identisch zusammengestellt sind. Jeder Kern vereint so alle Nahrungsbestandteile in sich. Auf diese Weise können Kleinsäuger nicht nach ihren Vorlieben selektieren und nehmen somit CarePlus eine ausgewogene und gesunde Nahrung auf. Bei den üblichen Mischfutterprodukten kommt es nicht selten vor, dass sich das clevere Heimtier seine Lieblingsbestandteile heraussucht. Eines nach dem anderen. Der ungeliebte Rest sind gesunde Futterbestandteile, die dann Tag für Tag in der Mülltonne landen. Mit BAFA CarePlus ist ein solches selektives Fressverhalten nicht möglich. Damit kann CarePlus eine wirklich ausgewogene Ernährung sicherstellen. Und auch den Geldbeutel tut es gut, wenn alles restlos verputzt wird. Mit BAFA CarePlus füttern Sie viel Gutes für wenig Geld am Tag. Seit über 40 Jahren führen wir diesen Familienbetrieb. Das Wichtigste für uns ist, Tiere zu verkaufen, die wirklich optimal gesund sind. Dabei ist die Fütterung das Wichtigste. BAFA CarePlus hilft uns dabei, die Tiere wirklich optimal Darm zu stabilisieren, damit sie den Stress des Umsetzens auch gut vertragen. Aufgrund unserer Erfahrung empfehlen wir unseren Kunden BAFA CarePlus weiterzugeben, weil wir die Erfahrung gemacht haben, auf die Jahre hin sind die Tiere damit optimal versorgt. Darüber hinaus bietet CarePlus noch weitere wertvolle Vorteile. Speziell abgehärtete Futterkerne sorgen für eine natürliche Reinigung und Abnutzung der Zähne. Foss und Moss, Fructo-Oligosaccharide und Manan-Oligosaccharide beeinflussen die Tätigkeit positiv und unterstützen eine optimale Verdauung. Vitamin E schützt effektiv vor Zellschäden und vorzeitiger Zellalterung durch freie Radikale. Ein optimales Verhältnis an Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren unterstützt die Herz-Kreislauf-Funktion und damit die Fitness ihres Kleintieres. Yucca-Schedigera-Extrakte vermindern ganz natürlich die Gerüche von Kot und Urin. Als Tierärztin kann ich die CarePlus-Produkte von BAFA für Kleinsäuger uneingeschränkt empfehlen. Sie sind hervorragend verträglich und weisen viele Besonderheiten auf, die man hervorheben sollte. Zum einen werden sehr hochwertige Proteine eingesetzt, die in ihrer Aminosäurenzusammensetzung exakt dem entsprechen, wie die Tiere es in der Natur auch vorfinden. Zum zweiten sollte erwähnt werden, dass gelierte Mineralstoffe eingesetzt werden. Das sind ganz einfach Mineralstoffe, die an einen Eiweiß gebunden sind oder anders vorgestellt von einem Eiweißmantel umhüllt sind. Dadurch können sie leichter aus dem Darm ins Blut aufgenommen werden. Insgesamt für das Tier bietet das den Vorteil, dass die Mineralstoffversorgung optimiert wird. Besondere Inhaltsstoffe sollte man hervorheben, wie Spirulina oder Echinacea. Das kennt man auch von Menschen. Das sind Wirkstoffe, die nachweislich das Immunsystem unterstützen und helfen können, wirklich die Abwehrkräfte des Tieres zu stärken. Und zu guter Letzt noch ganz ganz entscheidend, dass ein prima Mix gelungen ist aus ausgesuchten Kräutern und Pflanzenextrakten, was die Produkte einfach unwiderstehlich macht für die Kleinsäuger. Und für den Menschen noch entscheidend, der Duft ist sehr prägnant, aber auch sehr aromatisch und angenehm. Alle BAFA Care Plus Sorten werden im Aluminiumbeutel unter Schutzatmosphäre verpackt. So bleibt die Nahrung lange frisch. Die Care Plus Produkte von BAFA sind für eine große Vielzahl an unterschiedlichen Kleinsäugern erhältlich und ganz spezifisch auf deren Bedürfnisse abgestimmt. Spezifisch heißt, um es mal am Beispiel der Degu-Nahrung zu erklären, vollkommen frei von zuckerhaltigen Früchten, weil diese Tiere zu Diabetes neigen. Oder am Beispiel der Nahrung für Meerschweinchen. Die Produkte haben einen hohen Vitamin C-Gehalt, weil Meerschweinchen unfähig sind, Vitamin C selber herzustellen. Bei den Produkten für pflanzenfressende Kleinsäuger ist entscheidend, dass sie über einen hohen Rohfasergehalt verfügen, wodurch die Verdauung bei diesen Tierarten optimal unterstützt wird. Und letztlich ist nicht nur der hohe Rohfasergehalt sehr schön, sondern auch die besondere Form der Fasern, die hier eingesetzt werden. Es sind nämlich auch Fasern enthalten, die gezielt die Darmflora unterstützen und gesund erhalten. So finden Sie von BFH Care Plus das ideale Futter für Ihren Liebling, das ihn mit allen wichtigen Nährstoffen versorgt, die es für ein glückliches und gesundes Leben braucht. Auch wenn Sie Ihren kleinen Freund mit einer hochwertigen Super-Premium-Nahrung wie BFH Care Plus ernähren, ist der uneingeschränkte Zugang zu frischem Heu unerlässlich. Pflanzenfresser wie Kaninchen und Meerschweinchen oder auch Chinchillas und Degus haben einen sogenannten Stopfmagen, der ständig gefüllt werden muss, damit die Darmaktivität in Schwung bleibt. Mit Care Plus Timothy Hoy reichen Sie Ihrem Liebling eine besonders schmackhafte und gesunde Heuerart. Timothy Hoy zeichnet sich von Natur aus durch eine besonders grobe Struktur und ein ausgewogenes Calcium-Phosphor-Verhältnis aus. Grobe Rohfaser ist wichtig zur Abnutzung der Zähne und für eine gesunde Verdauung. Daher ist Timothy Hoy die ideale Ergänzung zur täglichen Ernährung mit BFH Care Plus. Vergessen Sie nicht, auch täglich frisches und sauberes Trinkwasser bereitzustellen.